So, da startet nun, da startet nun der Stream. Ein paar Minuten, leider verspätet. Tut mir leid, Leute. Ich hatte vorhin noch etwas zu klären mit einem Kollegen. Hat sich gerade eben noch bemeldet. So, ich war gerade dabei, auf Stream starten zu drücken und schon kam der Nachricht und ich dachte mir, da ist irgendwas im Magen, rufe ich mal an. Gut, dass ich es gemacht habe, aber egal. Das ist nicht euer Problem, das ist meins. Und, hallo, willkommen zurück zu Shadowlorn und den Stream zu Darkest Dungeon. Muss auch mal wieder sein, ne? Ich muss mal kurz gucken, habe ich mal auf Twitch, da sind alles umgeändert. Nicht, dass jetzt noch alles... Nicht, dass noch alles auf... Ja, ähm, weiß ich Bescheid. Es liegt mir auf die Züng. Okay, die haben es noch aufgebaut. Uff, meinetwegen. Ähm, das ist noch eingestellt, ist auf Undertale. So, jetzt haben wir es. Nein, es ist Darkest Dungeon. Sehr schön. So, dann kopieren wir das doch mal eben. Okay, die haben sie aufgebaut. Uff. Und dann wird allem nochmal eben getwittert. Und nun kommt Darkest Dungeon. So. Sehr schön. Können wir dann auch sofort losgeben? Losgeben, äh, äh, losgehen, sagt, meinte ich. Warten wir noch ein paar Minuten auf die letzten Eintrudler, um den derzeit... Wo die meine Nasch erreiche diesmal? Was ist es denn heute? Als bekannt, gab es schon mal, habe ich mich einmal fast daran verendet... Snowballs. Von Milka. Äh, hat heute auch mal kein Energydrink. Zu trinken, heute gibt es... Bola Zero. Aus der Flash. Ich bin Flaschenkind. Bin in meine Flaschenwurst gezogen worden. So, okay, dann... Wollen wir nochmal loslegen. Herr gehört, Herr gehört. Aha, in der Grotte gibt es mehr Erfahrungspunkte. Das ist doch perfekt. Los, müssen wir uns entscheiden. Äh... Mhm, 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 mhm. Dann würde ich sagen, gehst du auch nächstes in die Meereshöhle, ne? Wie sieht es mit meiner Truppe aus? Moral könnte man wieder ein bisschen... Wollte ich schon sagen. Moral könnte man ein bisschen weniger Fitness vertragen. Kannst du denn irgendwo... Äh, was hast du denn nochmal für Ticks? Perverse Gelüste, kann er das Modell nicht besuchen. Okay, er kann das Modell nicht besuchen. Und da ist er weich. Liebestoll. Oh, 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 oh. Scheiße, das ist ja richtig übel. Liebestoll und perverse Gelüste. moment dass das ist das müssen wir aber ganz schön ändern so auch wenn es teuer ist auch wenn es teuer ist aber das muss weg so okay was ist ein bisschen stress von den jungs und mädels boulain hat eine krankheit als gottes nicht behandlung okay darf ich sagen rechnen wir auf die stufe 3 der walt ist immer noch zur verfügung okay ich kann direkt den nächsten boss töten okay aber ehrlich gesagt ich gehe erst meine jungs ein bisschen auf level ab ab machen voll klasse deutsch ich will erst mal ein bisschen auf level was hast du so schön das hast du denn schon die zerstörung muss auf jeden fall haben dafür gott der totschläger weg daher gehen dafür jetzt jagd wir machen wir mal weg dafür kommst du wunden lecken so tory the concept dort hin gordon dann würde ich aber sagen kommt auch noch kelly jetzt mit und du kriegst mal eine andere färbung damit ich die andere verwechsel na das ist gut das ist natürlich ein bisschen doof könnte eigentlich noch eine weitere westhallen gebrauchen geht nochmal zurück haben wir gerne eine westhallen da ah sogar zwei mal sehen du hast splendides licht göttliche gnade göttlicher trost und erleuchtung äh göttliche gnade gibt es da nur von der seite aus gottesfürchtig fall taktika hast du irgendwas unheiligen hasse und verwüstlich dunkle versuchung mit dunklen küssen zu beschäftigen what the fuck und nahkampffähigkeiten hat aber auch äh ich würde sagen nehme ich aber lieber sie wie viele westhallen die ich schon habe unglaublich so und dann brauche ich noch was für den nahkampf und dann heute ist schon level 3 habe ich meine andere barbaren ist ja leider hops gegangen aber nehme ich Gordon oder Estony naja Gordon sehr gut sieht gut aus okay ist es eine mittellange ist es mittellange das heißt also hat irgendeiner von euch mit den drängten Schultern das ist natürlich ein bisschen na gut aber du kannst es eh nicht von da das ist sehr gut was hast du früher aussteher labyrinth forscher das wäre natürlich ja berühmt das ideal aber ich habe noch nicht was hast du was ist mit dir los ausgeglichen äh wir sessen von töten okay aber warum hast du keine fähigkeiten geworden ah ich glaube weil ich ihn wiederbelebt habe das könnte natürlich sein super muss ich also wieder neu beibringen oder was sagt denn der wagen habe ich da neun aufsätzigen noch ein waffenknecht eine weitere grabräuberin mhm 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 ja der hat fähigkeiten ich möchte gordon unbedingt nicht unbedingt gerne was ihm alles neu beibringen müssen na gut dann gordon nur ein bisschen lassen da würde ich sagen die waffenknechten da kommt der mit so und wie weit kann ich ja zur not immer hin und her switchen äh bin ich zwar mit 3 0 an einer da drin aber naja muss ich zu anfang auch also von daher wir tun schiefgehen berühmte letzte worte wenn ich jetzt da brennt ach in den meeresfind krieg ich jetzt bonus zeug hm wenn ich in die ruin wirst du gucken wenn ich zu den ruin gehe könnte ich sogar den nächsten boss erschaffen hey herbeirufen erschaffen tue ich nicht und herbeirufen hm wir gehen mal in die ruin einfach für den meeresbogen den meereshöhnen muss nicht vergeben mich verbeugend also was hast du für fähigkeiten äh ok zerschmettern repart ist gut vergeltung ist das löst gegenschlag bei ausziehen markieren sehr schön sehr schön zuspruch anweisung plus ausweichen ausweichen und heilung mhm zwar nix was den stress lindert aber ok menschen schlacht und hofer bereitet das ist ein bisschen blöder tick aber ok ich bin mit der gruppenzusammenstellung überhaupt nicht sicher aber gut ok was soll's wird schon schief gehen leider kurz erstmal nahrung acht wackeln und ein von drei davon drei davon drei und das ist insgesamt drei ich hier auch noch drei und drei schaufeln die 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 erfahrung habe schon gemacht mehrmals es ist nicht cool es ist eher unschön und ekelhaft die sauer was ist denn das für ein scheiß dungeon ok ich muss neunzig doch räume da ich muss weitere richtungen lang würde ich sagen gehe ich erst oben lang und da will ich dann hier bin mache ich dann die pause ldp 50% schaden und da geht schon der stress los und da ist schon die erste fahre super das fängt schon geil an aber na gut das ist ein darkest dungeon es ist kein ponyhof na gut der nächste gang ist zum glück recht kurz wieder ah sehr schön loot so was haben wir drin oh 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 sehr schön neue tagebuchseite genug getränke herausrissene seite eines tagebos die anderen sind tot sie wurden opfer einer bösartig eine verwandlung hatten wir schon hatten wir schon aber habe ich weggeschmissen letztes mal weil gesagt wurde ich kann die wegschmeißen oh sehr schön zwei rationen die packe benutze ich gleich mal oh das hat mir eigentlich da stehen in der anderen kiste in der rucksack von orca rationen drin hm ok bisher läuft es ziemlich antiklimaktisch aber meinetwegen ja 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 der stress der stress und die dunkelheit und alles hier was das ist natürlich jetzt blöd äh erleuchtung so der brigantinen adalasser ist natürlich das größte problem hier ouch das tut aber auch ganz schön weh es läuft schon mal super es läuft aber echt super leuchten granate ich liebe die ich liebe die ja sehr schön äh ja gut du bist da hier vorne ich sei nicht ganz so nützlich aber gut kriegen wir schon mal das tut weh das ist das ist äh vergelt das tut das ist nicht gestern ich mein gottes will mein gottes willen grad wirklich grad wirklich ouch und leck und lecken jetzt geht es uns gezielte heilen so der ist weg das ist super und könntest du ihn bitte jetzt mal stun es sei es doch wäre schon mal eine runde ohne schaden und dann würde ich die gnade die braucht sich jetzt es gab echt verwirrend der knall kann betäuben der wager betäubt also er nicht gift schlagen allerdings vergiftet das da ist bei so gut zwei sehr schön so dann auch wenn es wahrscheinlich jetzt und ein sehr schön der soll sich durch ein gift sterben ja sehr schön war ganz schön war ganz schön okay und wir beiden wechseln wieder die position alter der stress ist heftig der stress ist heftig okay aber kriegen wir schon hin und jetzt kommt nicht wieder zu viele gleich nicht zu viele kämpfe ah der schlussack aha beute beute leute okay wir haben hier 250 komm das getrieben lass den mal zurück natt lass den mal zurück was haben wir hier ja der schlussack ist ein bisschen gold ach ich liebe es fackeln zu finden das ist eigentlich das beste mit so und keine gegner kämpfe ok erkunden eine falle und ein schatz mit einem kampf ok so die falle wer hat denn hier 50 50 80 60 60 versuch du mal bitte ja schön weniger bin ich mal gespannt ich sollte vielleicht vorher noch eine fackel einsetzen zwei fackeln jetzt bin ich mal gespannt was haben wir zu gegner die fischies aber die fischies gehen noch wenn sie sich in beschwörung das geht oh da geht dann nicht ok dann hier ruf der zerstörung wir müssen was gegen den stress machen so gottlicher trost also die beiden sind wirklich nur zum heilen grad mal da die könnte zwar besser heilen auf der dritten position aber da kann er sein das problem ist die ausstellung so wie ich jetzt sie ist nicht ideal das ist das ist leider ganz ziemlich einfach besser als es ist schwer ouch deswegen darf ich auf jeden fall dann so gut wie es geht alle chancen nutzen wenn ich ich äh jetzt fliegt auf der zunge so suchen wir das dot zu erhöhen mehr dot 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 sind drucktiere wird der fischen das wird wehtun sogar sehr aber gut weiter stress weg antistress mit antistress therapie sousessliche beschwörung kann hier von jeher auf jeden schreiben zugreifen ist aber gerade nicht so schön wie es gerade hier läuft also es sieht gerade nicht so geil aus was ist zwei gegner quasi weg aber ich bin stark angeschlagen sehr stark angeschlagen sogar wegen also es wird bald zeit für ein lager kann man ja anders sagen solchen granat gift schlagen ich muss wissen was gegen schaden machen die zerstörung weiter weiter der stress weg so ding könnte ich versuche die wieder zu betäuben mit sohnung auf versuchen so ich könnte einen gift stark raushauen würde ich verwagen sehr schön jetzt ist die runde definitiv weg ich könnte auch auf sicher gehen jetzt der greift diese runde nicht an ruft der zerstörung weiterhin ganz wichtig ouchi ich komme langsam hinterher langsam aber für die alten götter tun natürlich eh obwohl das geht das ging noch das ging noch sehr gut gefechtsmedizin sein schaden geht sogar noch der von hundemeister ist echt noch ganz in ordnung so repart bitte beteupt jetzt wollen diese runde gibt es keinen schaden von denen geht sehr gut sehr gut so dann noch mal gefechtsmedizin machen auf sich selber und misst er schneller aua das hat das tat sehr liebter sagt ja sehr schön die grüßt die grüßt läuft doch schon mal einiges besser vielleicht wieder betäubt geil dass da jetzt echt nicht gerechnet der kampf dauert wieder zu lange das ist dann auch noch stress schaden das ist echt echt unnötig sehr gut sehr gut sehr gut der war aber schon vollgehalt so und dann bitte mach ich weg mit einigen krisen sehr gut sehr gut ok remind yourself that over confidence is slow and insidious killer hm so das zitrin lasse ich weg und hier nehme ich dann einen schlörlüssel ok ok he geil was ist denn jetzt da das jahr das eigentlich ja das und nix ist ja schon schön aber nie hm ja zwölf wappen unglaublich eh na komm was solls was solls gut dann wieder zurück und ich würde sagen sobald wir dann in diesen raum angekommen sind da haben wir ungefähr die hälfte ist dann durch machen wir mal ein lager auf das wird dringend nötig weil ohne witz sie haben echt gehörig aus dem augen gekriegt kann man nicht anders sagen aber gut dadurch dass wir jetzt den dungeon zu ungefähr zur hälfte erforscht haben sollte eigentlich nichts passieren betonung auf eigentlich nicht ich werde auch keine fackeln erstmal einsetzen einfach weil wenn ich das lager aufgeschlagen habe haben wir eben wieder volle helligkeit da brauche ich nicht kurz ich jetzt mit fackeln antieren ja und scheinbar habe ich immer noch keine zuschauer schade schade aber hey irgendwann werden sie kommen und zur not hallo youtube das ist ja auch was ich weiß aber nicht auch so eine gute idee ist wirklich komplett ohne die ee weil wenn ich da unten angekommen bin ist definitiv das ganze licht weg das heißt ich kann wieder überrascht werden und da könnten kämpfe kommen und da könnten kämpfe kommen ich ist kirst ach schweigen gab die daneben ok aber hier nicht totaler dunkelheit sein also totaler dunkelheit ne ok oh das ist nicht gut das ist nicht gut obwohl so schlimm ist es nicht auf dem ersten moment oh sehr schön sogar mit crits umsetzliche beschwörung das gibt stress ja das ist stress und es senkt auch noch das licht ist manchmal die erleuchtung auf denen da ja schon schlecht ne das ist nicht wie ouch oder gut das ist nicht so cool es gibt nicht stress alter und da gab es den ersten durchträger und auffällig ausfällig das ist blöd das ist jetzt ein bisschen blöd das ist jetzt echt ein problem so nochmal hier auf gehen ja stimmt beide was alter her auf damit aussätzliche charaktere sind echt ein problem ich sehe schon kommt und zwar sind immer dunkler der ist auch gleich weg das heißt also ich mach mal ein gift schlag auf den da das wird dann auch ideal von weg sein und der schaden da gut der ist jetzt runter weg pf gott sei dank daneben das wird leider treffen kann ich aua versuchen wir den mal zu betäuben äh versuchen die zerstörung weiter ich glaube ich werde gleich nach dem kampf hier in lager aufmachen müssen das habe ich aufs maul bekommen ach gott sei dank auf mich da ist der schaden echt ein problem naja hör auf bitte du machst es nicht einfacher ja sehr schön der ist nicht so da auch tot den kampf haben wir doch mal wiederum gekriegt noch mal ein bisschen den stress zu reduzieren doch noch ein bisschen und ein bisschen mehr heilung das ist gut und tschüss und tschüss mhm hm ich hab schon so viele wappen ne und das bisschen gold gut machen wir mal ein lager ich wollte zuerst einen raum später machen aber es geht nicht anders das haben wir ein fest mal so okay der ist versorgung ein gef okay wenn gläubig weniger stress schäden das wird definitiv gelindert mhm versuchen wir mal mit dem gesang was mich drei zeit anhalten okay gut dann das geht noch andere das geht noch andere hallo 50 prozent vergiftungen entfernt okay dich das hast du dann noch stress 15 gelindert 21 prozent okay das sind 20 gelindert wie viel kämpfe der schwankgründerhut ein gefährte und dann würde ich doch was machen doch für eins hat keiner mehr was nö dann würde ich sagen wir haben noch keinen hunger gehabt ich halte das erstmal zurück das war es nicht so ideal aber meinetwegen es kann doch funktionieren bis zum nächsten Mal